Happy Birthday Kinderpeier Tiefzentrum Datteln, 10 Jahre alt und ihr macht so eine tolle Arbeit und ihr seid so, so wichtig für die erkrankten Kinder und die Familien und die Angehörigen. Ich bin so, so stolz als Schirmherrin vom ersten Spatenstich an dabei gewesen zu sein. Und danke allen voran natürlich, danke an dich Boris, an ein tolles Team von Ärzten, Therapeuten, Helfern, an den fabelhaften Fördervereinen, die so eine tolle, engagierte Arbeit machen. Und wenn ich nur so ein kleines bisschen helfen konnte, dass dieses Haus so gut funktioniert und läuft und so vielen Menschen hilft und ein Zufluchtsort und ein Rettungsanker geworden ist, dann macht mich das wirklich wahnsinnig stolz. Danke dafür und auf weitere wunderbare Jahre. Natürlich wäre mein größter Wunsch, wenn es euch einfach nicht mehr geben müsste, weil es keine erkrankten Kinder geben würde. Aber dieser Wunsch wird wohl leider nicht in Erfüllung gehen. Danke für alles. Tschüss.